Frau Meierhaik, Donald Trump ist ja bekannt für seine provokanten Saga. Danach reist er ins warme Florida, sitzt in seiner Villa in Mar-a-Lago und reibt sich die Hände. Ist das alles Kalkül? Also unabhängig davon, ob es Kalkül ist oder nicht, er hat schon einen Punkt damit getroffen. Wir sind sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer und wir haben keine Wehrfähigkeit und keine Verteidigungsfähigkeit. Und um NATO-Mitglied zu sein, gibt es einen definierten Satz, den man in das eigene Militär investieren muss, um ein attraktiver militärischer Bündnispartner zu sein, um Beistandspflicht zu leisten, wenn ein anderer Bündnispartner angegriffen wird und auch die eigene Verteidigungs- und Wehrfähigkeit zu leisten. Und das ist so in den letzten Jahrzehnten in diesem Ausmaß nicht passiert. Und den Punkt, den er damit trifft, und das sollte eigentlich ein sicherheitspolitischer Weckruf und Wachruf sein, wenn Trump wiedergewählt wird, und das sieht im Moment nach einem sehr realistischen Szenario aus, hätte man ja vor einem Jahr noch für völlig abwegig gehalten, aber es ist offenbar eine reine realistische Option. Und er kündigt bereits jetzt an, dass Amerika dann nicht mehr die Beistandspflicht leisten wird, wenn das betreffende NATO-Mitglied, das überfallen wurde, nicht die Ausgaben geleistet hat im Sinne des NATO-Vertrages. Und das sieht zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien... ...der NATO-Mitglied im Moment, das sieht nicht sehr gut aus. Dann ist ihm das ja auch zuzutrauen, dass er das dann macht. Aber dann zerbricht auch dieses Militärbündnis und das wäre dramatisch. Also Sie nehmen das sehr ernst, was er sagt? Durchaus, er ist ein Irrer, aber ich glaube, man muss es ernst nehmen. Aber ich glaube, positiv betrachtet könnte man es als Weckruf sehen, im Sinne von, hier wurden die militärischen Ausgaben jahrzehntelang zurückgefahren, auch auf politischen Druck hin, man hielt das nicht mehr für notwendig. Und das war fehlgeleitete Politik, das wusste man damals nicht, aber heute weiß man es. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und Österreich mit der Neutralität... Neutralität ist ja in Österreich eine heilige Kuh, die Mehrheit der Österreicher möchte die Neutralität behalten. Die große Mehrheit, also laut Umfragen sind es 80 Prozent, die hinter der Neutralität stehen. Genau, also im Pragmaticus wurde das jetzt gerade erhoben. Also die Österreicher stehen natürlich hinter der Neutralität. Wenn man die Österreicher aber fragt, wer würde denn das Land mit der Waffe verteidigen, dann sind nur 25 Prozent der Befragten bereit, dieses Land mit der Waffe zu verteidigen. Und der FPÖ-Wählern ist die Ablehnung, das Land zu verteidigen, nochmal signifikant niedriger, was auch lustig ist. Gleichzeitig ist man aber ganz klar für die Neutralität. Wir sind sicherheitspolitische Drittbrettfahrer und das ist ein Problem. Gut, wir sind kein NATO-Land, wie Sie auch schon gesagt haben. Bei uns liegen die Militärausgaben bei nur knapp über einem Prozent des BIP. Herr Mölzer, wenn jetzt selbst die NATO keinen Schutz mehr bietet, keine Sicherheit mehr ist, müssen wir uns dann Sorgen machen? Naja, man muss sich schon Sorgen machen. Trump, der sicher verhaltensauffällig ist, einmal politisch, um das vornehm auszudrücken, mit seinen Aussagen, die Russen sollen dann quasi machen, was sie wollen und so, das brauchen wir jetzt gar nicht bewerten. Er würde es befeuern. Aber es ist auch eine Chance, und da bin ich Ihrer Meinung, dass dieses Phänomen, dass die Europäer Trittbrettfahrer sind, die natürlich in einer Phase, man hat gedacht, ist der ewige Frieden ausgebrochen, Putin ist eh lieb, wir brauchen nichts mehr machen, schön. Das ist jetzt offenbar Illusion, hat sich als solche erwiesen. Und die Chance ist die, dass also Trump, der sicher für einen isolationistischen Kurs steht, relativ, dass die Europäer sich halt emanzipieren müssen. Dass man sagt, verteidigungsfähig müssen wir selber sein. Mir wird ein bisschen zu viel von Krieg geredet zur Zeit. Wenn der Pretorius sagt, in fünf Jahren haben wir Krieg mit Russland und der schwedische Infos, der Bundesminister, der schwedische sagt auch Krieg, Krieg, Krieg. Es geht um Verteidigungsfähigkeit, es geht ja nicht um Kriegsfähigkeit. Aber was heißt ganz konkret emanzipieren? Naja, emanzipieren, indem man die NATO europäisiert. Im Moment ist sie ja ohne Amerikaner handlungsunfähig. Es war auch vor der Jahrtausendwende, hat es schon eine Tendenz gegeben zu dieser Europäisierung. Es war auch die Tendenz, wo auch die FPÖ gemeint hat, naja, dann kann man. Und auch Schüssel und so weiter, die haben ja damals geglaubt, die Eurofighter sind ein Beitrag für eine europäische Verteidigung und und und. Also diese Tendenz zu nützen, dass eine europäisierte NATO, die nicht unter der Vormundschaft der Amerikaner allein steht. Also ein europäisches Heer. Naja, was heißt Heer? Auch das, aber das ist ja jetzt nur die zweite Frage. Die erste Frage ist, dass findet Europa zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ist nicht nur mehr der Erfüllungsgehilfe der Amerikaner, der Zahler. Die Amerikaner führen die Kriege, die Europäer haben nichts zu reden dabei, aber zahlen dürfen sie dann. Den Wiederaufbau in Gaza, nein, wer wird denn zahlen? Und den Wiederaufbau in der Ukraine. Jetzt dreimal dürfen es raten, die Amerikaner machen die Geschäfte, zahlen dann es wir. Und sich dazu emanzipieren. Aber ich will jetzt ganz kurz ein Wurf. Die höchste Unterstützung und die umfangreiche Unterstützung für die Ukraine kommt aus den USA. Ja, nicht mehr lange. Also ohne die Unterstützung der USA gäbe es die Ukraine in dieser Vorgang. Ja, das ist richtig. Aber die 50 Milliarden von der Europäischen Union werden sie kommen, auch wenn der Orbán da auf Zeit gespielt hat. Naja, zugestimmt. Ja, ja, von den Amerikanern wahrscheinlich nicht mehr. Aber laut neuesten... Und die Frage ist, geht das dann noch? Aus neuesten Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel hat Europa, die USA bei den Zusagen und Hilfsgeldern um 80 Milliarden überholt. Aber bei Zusagen waren wir immer gut. Im Moment bringen wir ja nicht einmal die Raketen... Und die Hilfsgelder für die Ukraine sind die amerikanische Rüstungsindustrie gelaufen. Aber bleiben wir jetzt noch bei der Frage der Neutralität. Ich denke, Sie leben in der Schweiz auch ein neutrales Land. Wie stehen die Schweizer zur Neutralität? Wie sicher fühlen sich die Schweizer? Nicht mehr so sicher. Es gibt einen Artikel, der etwas Freude gemacht hat, letzte Woche in der NZZ, wo gestanden ist, also wenn die Ukraine fällt und die russischen Truppen dann an der ukrainischen Westgrenze stehen, dann ist es gut möglich, dass die Sowakei oder Ungarn die Grenzen aufmachen. Und dann könnte Russland da durchmarschieren. Und dann stand in diesem Artikel, also zitiert wurde der Generalstaat, dass Österreich dann, dass Österreich dann, dass österreichische Bundeswehr wäre dann kein signifikanter Widerstand. Eher nicht. Das schon, das ist klar. Aber die Russen werden durchmarschieren bis in die Schweiz. Deswegen glaube ich, ist schon in der Schweiz ein Umdenken, da ist ja die Neutralität noch viel länger schon verankert. Aber es gibt dort schon auch ein Umdenken, wie sehr muss man kooperieren. Und übrigens, die Schweiz kooperiert auch sehr viel mit der NATO, ja. Also mehr als Österreich, als das österreichische Bundesheer. Und ich glaube, da passiert ein Umdenken. Und ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, Joschka Fischer hat, glaube ich, recht, dass Europa tatsächlich wieder abschreckungsfähig sein muss. Das halte ich für noch wichtiger als verteidigungsfähig. Man muss abschreckend genug sein, damit man gar nicht in Versuchung kommt, als Aggressor Europa anzugreifen. Das kann aber nicht an der Bombe hängen. Da würde ich dann wahrscheinlich sogar mich mit dem Herrn Jabb treffen, weil die wirkliche glaubhafte Abschreckung ist eine konventionelle militärische Abschreckung. Und da fehlt... Die Bombe ist was ultimativ fest. Und die Bombe, das Problem an einer europäischen Bombe ist zwei. Erstens dauert das lange, also das ist 10, 15 Jahre. Dann gibt es zwei Alternativen. Entweder man sagt, die französischen Atombomben sollen dann alle verteidigen. Jetzt ist die Frage, ob ein Präsident, ein Präsident Mélenchon, wenn er jemals käme, dann bereit wäre, für Estland eine Bombe zu zünden. Und die zweite Frage ist, wenn es eine europäische Bombe wäre, wir haben keine europäische Regierung. Was passiert dann? Alle sechs Monate geht dann der Koffer von der polnischen Regierung zur italienischen Regierung, zur spanischen Regierung. Wer entscheidet dann? Also ich glaube, das ist nicht verlauhaft. Aber fragen wir mal den Herrn Jabb. Sie kennen Joschka Fischer. Unter seiner Führung waren die Grünen ja noch streng pazifistisch. Jetzt bricht sogar er mit dem Tabuthema Atombombe. Immer wenn als Außenminister in Wien, wir sind einmal gemeinsam mit Brot erlaufen gegangen. Ich kenne aber auch den Jens Stoltenberg sehr gut, der war in der Jugend internationalen und wir sind beides besondere Kluge Männer, die da politisch tätig sind. Ich glaube nur, die übersehen einiges. Nämlich, ich habe mir das angeschaut, diesen SIPRI-Bericht, dieses Stockholmer Institut, das uns seit Jahren begleitet, wenn es um Rüstungswettlauf, atomare, nukleare Auseinandersetzungen und so weiter geht. Und die sagen genau das, was Sie sagen. Es gibt eine konventionelle Überlegenheit der NATO, des Westens gegenüber Russland. Denn vor allem sogar die Präzisionswaffen, man sieht das in der Ukraine wie daneben, die eigentlich zum großen Teil sind, was die moderne Bewaffnung betrifft. Und es ist natürlich so, man übersieht Folgendes, dass es natürlich schon Atomwaffen und Atomstationierungen gibt. Es ist einerseits in den Ländern wie Deutschland, Belgien, Italien, Türkei, Holland, wo es ohnehin schon die B61-Bomber gibt, dann gibt es die französischen, fast 300 Sprengköpfe, die haben die Engländer mit 260 oder 250. 120? Ja, aber das gibt es ja schon. Also das ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe. Und es ist die Frage, worüber wir dann diskutieren. Und wenn die konventionelle Überlegenheit eh so ist, dass sich das der Putin überlegen muss, dann bleibt ja nicht mehr die These, Atomkriege wären führbar, weil sie Gefechtsfeldwaffen sind, aber nicht mehr. Und da kommt, das ist der Punkt, wo ich schon damals als einer der Sprecher der Friesbeweg am Rathausplatz mit Pershing-Zweiglose-Missiles und all diese Atomraketen in Europa an ein Eck und Ende gestanden sind. Wer kontrolliert dann die Eskalation? Wenn ich sage, ich habe einen regionalen Konflikt, der ist atomar, sagen wir in der Ukraine, abgesehen, ich wünsche mir das niemals, aber dann geht das sofort über in ganz Europa und dann hat das sofort unter anderem eine globale Auswirkung. Du musst mit allen Mitteln kämpfen für eine Rüstungskontrolle, für eine Abrüstung und natürlich gegen diese ganzen nuklearen Wahnsinn. Der verstehe ich nicht ganz, wieso die Abschreckung jetzt über Atombomben, die eh schon in Europa sind und teilweise bei den Amerikanern hier stationiert sind, warum das plötzlich jetzt der Weg des Auswegs ist. Weil dann habe ich schon die Debatte, wer macht den Erstschlag? Präventiver Erstschlag heißt das in dieser lebensfeindlichen Formulierung, die die Militärs haben. Und dann kommt der Gegenschlag. Und da gibt es sogar welche, die sagen, die Russen sind beim Gegenschlag natürlich unter Umständen so stark, dass wenn du zwar einen Erstschlag machst, weil du konventionell das nicht mehr mehr hinkriegst und nicht mehr machen willst, ja dann kommt der Gegenschlag. Jedenfalls das erleben wir dann alle an dem Tisch eh nicht mehr mehr, weil dann sind wir eh schon weg. Also Sie warnen vor einer atomaren Aufrüstung? Nein, ich war nicht total davor. Ich bin dafür, dass es auch jetzt einen Waffenstillstand ähnlich in der Ukraine gibt, so oder so. Im Moment braucht es die Ukraine mehr als Russland, wenn ich das so betrachte, was sie da an den Fronten abspielt. Und dann muss man versuchen, dass es da einen politischen Ausweg gibt. Das sind übrigens alle Studienreden von einem politischen Ausweg aus dem Ganzen. Und das halte ich für das Aller, Allerwichtigste. Und daher glaube ich, dass das auch Auswirkungen hat auf ganz Europa und auf die Weltwirtschaft. Zurück an den Verhandlungstisch, sagen Sie ganz klar, Sie sind nicht mehr, Herr Mölzer. Aber auch wir an diesem Tisch reden viel zu viel von Krieg. Das ist wie vor 1914, die Schlafwandler, der Christopher Clark, die also da nur von Bündnisautomatik und Krieg und Präventivschlag und was so. Das ist ja das Irre. Und auch diese Schweizer Geschichte, die Sie zitiert haben da, dass die Russen womöglich durch Österreich durch Maschinen durch Ungarn, das ist doch ein Wahnsinn. Also ohne irgendeine Sympathie für den Putin. Aber das ist ja ein Großrusse, der denkt da nicht im Entferntesten. Das mag auch nah sein und fehlinformiert. Aber an die Eroberung Europas oder der Schweiz bitte. Das ist doch ein völliger Unsinn. Der denkt darin, dass er halt für Russland, das ja ein zurückgehendes Volk ist, der mit einer minimalen Geburtenrate und, und, und. Und die Ukraine, das sind natürlich chauvinistische oder hypernationalistische Überlegungen. Aber da nicht eine Eroberung Europas oder einen Krieg gegen die NATO. Warum reden wir das herbei? Aber ich glaube, dass der Herr Denkler was ganz anderes gemeint hat. Er hat ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sie eher gemeint, um diesen Abschreckungscharakter zu haben. Aber vielleicht lassen wir ihn selbst erklären, was er sich anschaut. Militärs werden dafür bezahlt, dass sie Planspiele machen. Und das ist auch gut so. Wir müssen vorbereitet sein. Und es stimmen dann schon zu. Aber wenn Putin diesen Krieg jetzt gewinnt, ja, und diesen Krieg gewinnt, wenn wir jetzt die Ukraine in einen Waffenschildstand zwingen, und der nimmt sie dann in einem zweiten Schritt in einem Jahr oder in drei Jahren, dann fällt das Land in irgendeiner Form von Ihnen. Aber nein. Ganz kurz, ja. Wenn die mal an der ukrainischen Grenze sind und Belarus ist dann Teil von dieser Entität. Was hindert ihn dran? Und das hören Sie, wenn Sie das russische Fernsehen anschauen, hören Sie das täglich. Das Baltikum ist Russland. Die NATO hindert nicht ganz einfach. Ja, aber das Problem ist nur, wenn die NATO funktioniert. Und wenn Putin glaubt, ein Präsident Trump macht keinen Beistand, dann hat er alle einen Anreiz der Welt, das zu testen. Dann wird er das testen in Estland, dann wird er das testen in Litauen. Beim Taker-Interview war er dann sehr interessant zu hören. Er hat gesagt, wir haben kein Interesse an Polen und an Lettland. Was er nicht gesagt hat, zwischen Lettland und Polen liegt Litauen und daneben liegt Estland. Weil das wären die beiden Länder, wo er wahrscheinlich am ersten testen würde. Weil Litauen ist die Verbindung zwischen Kaliningrad. Nein, aber der Punkt ist, er wird sehr wohl einen Anreiz haben, ein NATO-Land anzugreifen, wenn er glaubt, dass die NATO nicht mehr funktioniert. Aber wenn die Amerikaner keine Beistandspflicht leisten, Herr Job, wie soll das dann funktionieren? Ja, diese Beistandspflicht funktioniert genauso wie die Abschreckung nur, wenn die andere Seite glaubt, dass sie auch tatsächlich erfolgt. Helfen wir mit, dass die Demokratie erfolgt werden. Ja, genau. Und das ist aber leider sehr, sehr knapp. Das ist leider sehr, sehr knapp. Und es ist möglich, dass es einen Präsidenten Trump gibt. Den sich übrigens Wladimir Putin nicht wünscht. Er wünscht sich so Biden. Natürlich hat er gemeint, weil Trump wäre unberechenbarer, sagt der Unberechenbare. Aber würde das dann tatsächlich für Trump sprechen? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber der Trump hat in einem Punkt, in einem einzigen Punkt, sagt er etwas, was in der amerikanischen Bevölkerung gefühlt wird. Das sind die Weltpolizisten, die brennen Milliarden an allen Ecken und Enden, bombardieren, schicken alles Mögliche an Unterstützung. Und die Leistungen bei uns funktionieren die Brücken nicht, das Gesundheitssystem nicht. Mit den Jobs haben wir Probleme. Da hat schon der Biden probiert, mit Steuergeschenken, dass möglichst viele Investoren aus dem Ausland nach Amerika kommen, damit dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber es hilft dir nichts. Die sind an der Grenze des dritten Weltlandes, die USA. Und die haben noch das Problem, dass Millionen im Süden aus Mexiko einwandern wollen, was die aufsichtlich auch nicht wollen. Ja, wo er jetzt gesagt hat, wir machen das größte Rückführungsprogramm. Nein, ich sage nur, das ist der einzige Punkt, der wirklich gefährlich ist, dass Trump die Wahl gewinnen kann. Aber die wirtschaftliche Dynamik des Wirtschaftswachs und der Amerikaner hätte ich gerne. Genau, ob er auch so wäre. Schauen Sie sich bitte die Zahlen der Amerikaner an bei der wirtschaftlichen Dynamik. Das Programm, das der Biden jetzt aufgelegt hat in den letzten zwei Jahren mit dem Green Deal, ist gigantisch. Das zieht wahnsinnig viel europäisches Know-how ab, weil diese Firmen jetzt in den USA gründen und nicht in Europa. Weil Europa eine Deindustrialisierung anstrebt, leider von den Voraussetzungen. Und das ist wirklich dramatisch. Über das würde ich eigentlich viel lieber reden, als über die atomare Aufrüstung. Ja, aber sagen Sie es den 50 Millionen oder 100 Millionen Amerikanern, die sich bedroht fühlen in ihren Lebensstandards, wo es noch weiter absinkt. Ich weiß nicht, wie sich die 50 Millionen Amerikaner hüllen. Nein, aber das ist das Problem, wieso der wollen gewinnen. Die spreche der Trump-Geld war damals überheblich. Aber sie vertritt die Ostküste, die Westküste und damit ist mir alles wurscht. Ich gebe Ihnen ein Recht, dass die Demokraten es in großen Teilen vergeigt haben und somit den Aufstieg von Herrn Trump ermöglicht haben. Aber ich widerspreche Ihnen bei der wirtschaftlichen Dynamik und beim Wirtschaftswachstum. Können wir uns auf etwas einigen. Herr Melzer, gleich. So, jetzt dürfen Sie. Können wir uns auf etwas einigen. Wichtig ist, dass Europa verteidigungsfähig ist, auch abschreckungsfähig, wie Sie sagen. Wichtig ist meines Erachtens, dass wir das sehr schnell werden. Dazu ist natürlich eine gewisse Aufrüstung. Ja, unabhängig von den Amerikanern, relativ unabhängig, was eh von Trump offenbar erzwungen wird, dass man diese Trittbrettfahrerrolle ablegt. Und dass man natürlich einem Putin oder wem auch immer, welchen Wahnsinn auch immer, signalisiert, bei uns, da ist irgendwo Schluss. Und Putin wird nicht an der polnischen Grenze stehen. Putin wird am Dnepro stehen, an der Linie, die jetzt hat. Und da ist er früher, wenn er stehen bleibt. Der ist nicht weitergekommen. Ja, sicher. Er hat de facto eh verloren. Das, was er wollte, ist ja nicht gelungen. Ein Blumenkrieg oder ein Blitzkrieg, da ist schneller noch gelungen. Aber Herr Mölzer, wir haben ja auch nach der Grimm-Annexion und nach der Annektierung der Grimm, haben wir ja auch gesagt, aber mit der Grimm. Und jetzt gibt es sich zufrieden. Und vor der Ukraine hätte doch niemand prognostiziert, aber die Ukraine hat niemand prognostiziert, sind alles falsch gewesen. Aber das schafft er nicht, das sieht man. Nein, jetzt schafft er es nicht. Da bin ich ja bei Ihnen, das zu signalisieren, Freund, das geht einfach nicht. Das wird neutralisiert oder kommt zur EU oder zur NATO oder was auch immer. Das wird er nicht schaffen. Aber ich glaube, Engst, der Herr Beizurin, der wird jetzt weitermarschieren. Das machen die Rüstungsindustrie, die will haben, dass jetzt Milliarden eingeputtert werden. Und da bin ich skeptisch. Ich bin auch für die Verteidigungsfähigkeit. Ich will haben, dass das sozusagen jetzt einmal etwas ist, wenn man sich zusammenfindet und einen gemeinsamen Weg sucht. Aber der gemeinsame Weg wird dann nach Putin mit Russland sein müssen. Da darf ich mich nicht fest überzeugt. Das ist ein Teil des europäischen Kontinents in irgendeiner Form. Ich hoffe dann in einer demokratischeren Form. Aber ich bin doch nicht der Gewinner von dem Irrsinn. China ist der Gewinner. Ich habe nichts gegen China. Aber ich glaube, am Schlachtfeld sieht es gerade für die Russen um einiges besser aus als für die Ukrainer. Den Ukrainen geht es die Munition aus. Europa wird kriegsmüde. Die Zahlungen kommen ins Stocken. Das müssen Sie dem amerikanischen Senat sagen, wo vier Demokraten mit den Republikanern mitgestimmt haben. Warum? Im Senat ist er schon durch. Da wird ein großes, milliardenschweres Paket wohl wahrscheinlich noch von den Republikanern weiterhin blockiert werden. Aber wenn das jetzt kommt, mit Trump ist es vorbei im Herbst. Mit Trump ist es vorbei. Und liegt dann das Schicksal der Ukraine allein in den Händen der Europäer? Was heißt allein? Schauen wir Europa an. Das ist ja nicht nichts. Die Europäische Union ist ja wirtschaftlich, ökonomisch mit mehr als 500 Millionen Menschen. Das ist ja etwas. Wir müssen uns nur trauen und wollen. Das, glaube ich, ist wichtig. Und das neutrale Österreich ist natürlich eine Frage. Herr Mölzer, jetzt sind wir zum Glück ein Europäer. Die letzten fünf Minuten waren spannend. Ich habe schon Herrn Papa mitbekommen von Ihrem Papa und von Ihrer Mutter. Das sagen wir schon, aber im wohlverstandenen Sinne. Und Europa muss sie emanzipieren. Und welche Rolle das neutrale Österreich? Die Neutralität ist ja ein Identitätsmerkmal. Das ist ja nichts mehr Sicherheitspolitisches. Und wie wir das einbringen, das ist die Frage. Aber das ist ein super Satz. Das würde ich mal wirklich gerne von dem Parteierobmann hören. Das ist auch kein Identitätsmerkmal, sondern das ist etwas festzuhalten in der Vergangenheit, was seine Funktion verloren hat. Und dazu braucht es auch eine Politik. Das hat die Funktion nie gehabt. Ja, aber deswegen braucht es auch eine Politik, die dem Land erklärt, dass es keine Funktion mehr hat. Und wenn es in Finnland geht und in Schweden geht, und Schweden war 200 Jahre lang neutral, dann geht das auch in Österreich. Da fehlt aber der politische Mut dazu. Nach vorne hin ist alles offen. Das sage ich Ihnen ernst. Was hätten das für einen Sinn gehabt, für die Amerikaner mit in Afghanistan kämpfen? Das ist ja alles ein Blödsinn. Da wird die Neutralität sehr sinnreich. Aber es haben sich auch die Deutschen nicht im Irak-Krieg beteiligt. Also es ist ja nicht so, dass man... Out of the areas immer frei ist. Gut, aber kommen wir wieder zurück zur Gegenwart. Alexander der Große war der Einzige, der eine gute Afghanistan-Politik macht. Er ist da anseiten rein und auf der Hand wieder raus. Aber aktuell ist es so, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy gerade wieder auf Deutschland-Tour ist, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er wirbt für sein Land, er wirbt für Hilfsgelder. Es wird viel geredet, es wird miteinander geredet. Es wird nicht mit Putin geredet. Da sagen Sie, Herr Schaub, das ist ein Fehler. Wir sollten zurück an den Verhandlungstisch. Wir hätten ihn einladen sollen. Es gibt viele, die das kritisieren, dass bei der Sicherheitskonferenz man die Russen und was weiß ich, wenn alle dort nicht eingeladen haben. Das ist nicht schön, dann wird halt betoniert. Aber ich finde, das ist einfach ein Witz, wenn man da nicht Schritte setzt, dass es irgendwie zu einer Gesprächsebene, einer Gesprächsbasis kommt. Weil sonst endet es im Wahnsinn in Europa. Wirklich im Wahnsinn. Und da wird auch die Ukraine dann mitziehen müssen. Einer, der mit Putin gesprochen hat, war jetzt Tucker Carlson, ein umstrittener US-amerikanischer Journalist. 120 Minuten lang hat er ihn interviewt. Journalist ist wohlwollend. Umstrittener Journalist. Wohlwollend gemeint, genau. Danach sagt er, man darf auch Verbrecher wie Putin interviewen. Hat er recht? Was ist zw ziet. Wohlhandel, die wieder. Dad. Boa.